Janine Wisslers Ex-Freund soll, und ich sage hier ganz klar soll, Frauen sexuell belästigt haben. Und nun kommen Fragen auf. Die größte Frage ist, ich dachte, die wäre eine Lesbe. Ich dachte, Janine Wissler wäre eine Lesbe. Die ist doch lesbisch, wie kann die denn einen Ex-Freund haben? Also, naja. Oh, Business Call.